Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, Aubameyang droht BVB-Boss Watzke. Da hat sich plötzlich jemand ziemlich angegriffen gefühlt. Arsenal-Star Pierre-Immerick Aubameyang schießt gegen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zurück. Bei Twitter schrieb der Torjäger, Es ist besser für sie, wenn ich niemals darüber spreche, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe, Mr. Watzke. Sie sind solch ein Clown. Der Gabuna weiter, Ich erinnere mich an die Zeit, als sie sagten, dass wir Osman niemals verkaufen werden. Dann sahen sie mehr als 100 Millionen und waren der Erste, der das Geld nahm. Reden Sie bitte nicht über Geld, lassen Sie mich bitte alleine. Welche Worte waren der Auslöser für Aubameyangs Retourkutsche? BVB-Boss Watzke hatte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung in dieser Woche über Aubameyang gesagt, Klar ist es schwer, einen Spieler angesichts solcher Summen zu halten. Manche gehen dann wegen des Geldes zu Klubs, wo sie jahrelang nicht mehr Champions League spielen. Doch das Geld ist aus Watzkes Sicht nicht alles. Er attestierte Aubameyang, dass dieser bei Arsenal großartig spiele, meint aber gleichzeitig, dem Stürmer werde wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut, aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu. Und das ist traurig. Arsenal spielte seit Aubameyangs Wechsel im Januar 2018 zweimal nur in der Europa League und verpasste die Qualifikation für die Königsklasse, anders als Watzkes BVB. Darauf folgte dann nun die deutliche Antwort von Aubameyang auf Watzkes kleinen Seitenhieb. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von dem Streit? Auf welcher Seite steht ihr? Oder sagt ihr einfach, sie sind beide bescheuert? Ich glaube, das ist so ein bisschen, sind beide, ja. Also ich glaube, dass Aubameyang nicht weggeekelt worden ist, sondern ich glaube, die sowohl Ousmane Dembélé als auch Pierre-Emerick Aubameyang hatten ja schon eine sehr hohe Tendenz, dass sie wechseln wollten und, ja, haben sich dann ja teilweise zumindest Dembélé auch ein bisschen rausgestreikt. Deswegen, ich glaube, ein bisschen Wahrheit von beiden ist wirklich drin, aber ich glaube auch, dass, ja, es Herrn Watzke auch nicht zusteht, ja, so über andere oder Ex-Spieler zu sprechen. Ich glaube, das gehört sich auch nicht in der Öffentlichkeit und, ja. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.